Lieber Tango Hallo, mein Name ist Oli Bott, der Vibraphonist von Vibratangissimo. Ja, ich bin Juan Lucas Heisenberg. Ich bin Tiet Pham, ich bin die Pianistin von der Gruppe. Ich bin Arnulf Ballhorn, der Kontrabassspieler. Ich glaube, alle diese Lieben werden sie heute Abend auch in unserer Musik erleben. Ich glaube, es ist auch eine Mischung von all diesen Sachen. Musik Applaus Vielen Dank.